was macht man wenn alle golfplätze gesperrt sind ganz einfach auf dem balkon golfen ich spiele auf bahn 1 meines heimatklubs ich nehme den drei wahl auf geht's der ball fliegt 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 jetzt ist das grün in schussweite und ich greife zum eisen einmal sanft geschwungen und auf geht's wahnsinn ein meter neben dem loch jetzt kommt die feinarbeit mit dem patter meine frage wozu brauchen wir überhaupt noch golfplätze